heilige leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten folge von michael auf den sonja mir und hier und wie fängig immer den wir sind hier mein hohes blablabla so auf so brav so was will wir heute machen also wie select das immer wieso so also wir haben naja vielleicht ich weiß nicht ob solch züchten weiter erzüchten werde ich 100 prozent aber ich überlege mir gerade also das brauche ich moment jetzt brauche ich das weizen werde nicht schlecht so karotten doch theoretisch auch wie sie mit karotten aus das würde mich interessieren naja es ist haben wir schon bereiter gemacht als die letzte folge aber wir waren daran hier dran hier stimmt ich wollte ein brücke bauen brücke brücke wir haben so egal ich weiß wo wir waren dran weil ich auch voll vergessen weil ich glaube die eine war bin ich aufgenommen auf einmal gesagt die türe zu mine haben wir hier die frau schon wir diese folge der nächste will ich unbedingt so so gewitter läuft sehr schön ich hasse gewitter aber wir machen so hier ich will ein bisschen hündchen haben du bekommst du bekommst du bekommst und du bekommst so keine schade 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 mal sind jetzt gehen zu schaffen ich war ein schweiner ihr muss warten kurz geschaffen schade 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 so sehr schön war dann je nicht schneller machen die die paren meine güte so da kann man aufbauen und da da alles nur muss überlegen wie sich alles wird gebaut da vielleicht ein turmchen irgendwann irgendwie habe ich bock auf den tun zu bauen so nur problem wäre wie viel komisch und ja jetzt weiß wie ich weiß wie schon konnte ich von den tun also lassen wir das nächste folge ja natürlich so haben wir noch was interessanten ein bisschen nach oben unser schon so tier nach oben schnell das haben wir nicht so viel so steine natürlich nichts neues haufen von steinern ok doch wir auch nicht pflanzen waren wir an erde das wahrscheinlich ja so nächste ist der redstone war mir kein erz über abwand hier war noch erde oder nein doch habe ich nicht geguckt so jetzt kohle was explodiert da was war das also dass wir eine explose aber wir müssen auch die holze fangen borgen und weiter dann haben wir nicht kiss das auch haben wir ein bisschen schon das freut mich sehr haben wir ein bisschen kiss weil sind es das wahrscheinlich noch nicht hier weil ich ja mal haben machen bei cola cola bei cola so granit das haben wir natürlich was explodiert das ständig aber wenn man die gewitter wahrscheinlich gewitter trifft die kuiper das ist schon nicht war ganz nach wahrscheinlich was schaue ich nach unten ob alles in ordnung ist wenn ich denn bekomme ich kaspar theoretisch mein haus ist und verletzt nein haus ist ungefähr das kürzer dank so ok das land sich wirklich nicht konnte konnte sein dass wir konnten wir fertig herstellen diese mauer brücke meine ich mache aber heute machen ja diese ich gehe raus der wir forschen diese mine wie ich will ente interessant was da ist und hockt also konnte dass wir explodieren oder wir wenn sterben ich habe keine schaufel vergessen ist das fucking ernst naja schauen wir mal also aha da haben wir was tolles noch eins da will ich überhaupt nicht anfassen weil das überhaupt nicht anfassen was ist das für eine sprache ich bin doch so nein natürlich nicht so wo gehen jetzt weiter rechts links rechts links 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 dunkel bestimmt so da ist er das können wir machen aber wir haben schaufeln haben wir so also die mine ist nie so groß ich habe glaube dies viel größer mehr forschen aber leider ist nicht so passiert wie ich habe erwartet habe ich hatte aber gute daran haben wir kohle gefunden ich glaube nächste folge baue ich weiter mit der brücke die müde ich bin sehr gnädig selbstänglich hier wird alles buzz sagen so was brauche ich noch ich werde gerne ein kuchen viele packen das ist auch nice naja kommen das alles weg dass die kartoffel aha da ist frei geflogen ist sehr viel reingeflogen vergütten zweiter ist noch so viel na ja das wäre nicht zu unterschätzen der so ich irgendwie viel und ich mache so dass weizen mache ich es hier rein das rein das habe ich vielleicht das tote braucht man nicht wasser brauchen wir immer es kommt dass man hier sind seite kohle so und man dies weiter das mache ich hier rein und das werde nicht und kohle ausgeben ok so so was mir fehlt ist die schaufel mit zwei sofort jo und haben wir ein bisschen viel eisen momentan wir bekommen immer mehr reisen das finde ich geil aber selten diamant werden wir so dass das das ok drei spitzhaken konnte nachreichen oder haben wir noch nein das sollte man also sollte erreichen für diese aufnahme und für diese woche aber glaube ich hoffe ich mir lassen gehen zumindest schauen wir an nur ich weiß noch die andere weg haben wir fertig schauen wir haben einfach an so der glocken glocken ich meine glocken können sogar sondern nur gut noch draußen von kirche glocken glocken so ja ich manchmal aber ich denke ich manchmal habe ich echt verdammte langweiler ah ja haben wir nicht ganz fertig gemacht das liebige loch merke ich auch ob oder ob ich habe ich schon du ich ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin so nach alles glaube ich alles gut sind irgendwie themen ausgegangen da haben wir was geheimnis unser geheimnis der geheimnisse so ich benutze ich benutze natürlich das ist immer dabei jetzt habe ich schon haufenweise glaube ich irgendwann wenn der tour werde voll dann werde ich wahrscheinlich auch zum blog und dann würde so platz erneut man gut schauen wenn man zum blog haben hat hat man habe ich oder hat man okay das ist der licht zu hoffnung oder licht des todes so gehen wir rein redstone 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 so gehen wir weiter 1 der oder sie soll man hier noch abbauen naja lassen wir gehen wir zurück ich glaube ich habe ich gefühlt die soll läuft läuft eher schneller naja lassen ja willst du mich komplett verkack eier ich suche anderen weg stehen dich nach diamanten ich hier baue auf andere seite zwei blocke was kommt ja man wollt mir ja komplett verkack eiern naja schauen wir wie viel ist so dann würde lasse ich den platz ein scheiße das glück oder ja drei baue ich hab mal sehen wie viel und wir haben 20 diamanten von 1 2 3 4 5 6 7 8 bloggen von 8 bloggen 20 jahren die sind mega geil oh ja so sehr sehr schön so soll es laufen also stand wo will ich hier machen so machen weiter wie sie aus mit den zeit mit der nacht oh ich höre wasser und zombies läuft bei mir ah super muss ich aufpassen jetzt aha na 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 wow woher du kommst woher du kommst alter ob ich spawnen oder was ich esse kurz was es kann nicht sein dass mich gleich bringen mich um ich esse noch geit�도 so so das sind die scheiße ich habe schon gedacht ob man sagen wie blog oder so was so dass ich bekommen markierung mache ich so dass hier ist die ausgang magie so immer der wasser mehr vom singe finde ich auch so dass wir haben ja lava ist sehr schön kompass das brauche ich nicht so naja sowieso hallo hallo so und wie sie es ja so das wird auch gebrauchen jo toll so so okay da darf ich gut sehr schön jetzt hier schauen wir okay ein bisschen von den lip lapiz habe ich bekommen oh kohle ich habe schon gedacht so wie ich fühle runter schon naja was sie sein gut übersehen scheiße ich muss ja nach oben gehen ist so schön gegangen haben sie sich momentan keiner vielleicht wir finden nächste folge leute so leute ich würde sagen das war's und wir natürlich sehen uns nächste folge wie immer bis nächstes mal und tschüss schüger bis 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 b Okay. Okay. Hmm. Hmm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017